So, wir werden jetzt ein bisschen Spaß haben in GTA, beziehungsweise wir wollen ein bisschen entspannen mit Dart. Also wir haben es vorher noch nicht gespielt gehabt, der X-Water und ich, aber wir werden es gerne mal ausprobieren. Spieler, Joop. Wetten? Nein, lieber, ich wette nicht. Ich werde sowieso verlieren, also. Oha. Okay. Äh. Ja. Werfen, zielen. Ah, ich glaube, du hast getroffen. Genau. Ich muss jetzt erstmal gerade klarkommen, wie das geht. Oh, oh. Ay, caramba. Ja, der X-Water hat auch mehr Ahnung generell von dem Spiel. Nein, ein bisschen zu früh. Verdammt. Na, ich glaube, der ging auch nicht da rein. Nee. Schade, 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 schade. Also man hat eine angegebene Zeit hier auf jeden Fall und so und ach, seht euch draußen das Wetter aus. Es regnet in GTA. Da dachten wir, wir machen was drin. Denn man möchte ja auch nicht krank werden oder so und ein bisschen Entspannung ist immer ganz gut. Gut. Also haben wir uns mit Dart angefreundet, das auszuprobieren. Oi. Oh. Na? War der drin? Ich glaube nicht. Oh, er ist schon bei 22 runter. Ich hoffe, oh, 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 oh. Okay. Na? Die Mütte treffe ich nicht. Jetzt aber. Naja, ich dachte, ich mache mal mal was anderes, anstatt immer nur auf die 20 zu zielen am Anfang. Nicht auf die 30 zu zielen. Es ist mir schon klar, auf was ich zielen muss und so, aber es ist total langweilig. Oh, ich bin Robin Hood. Die sind ineinander. Die sind ineinander. Entschuldigung. Ich beruhige mich schon wieder. Die sind ineinander. Oh, schön daneben. Dankeschön. Aber wie gesagt, es ist draußen echt miserables Wetter gerade. Hier in Real Life ist auch total schlechtes Wetter. Und, äh. Äh, hallo? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Also der XR, der ist ja furchtbar. Okay. Er darf anfangen. Es ist voll unfair. Ich hab doch verloren. Okay. Den hab ich drin. Komm. Komm. Den auch. Und noch einen. Komm. Komm, 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 komm. Nein. Es ist ärgerlich. Ah, ich freu mich, wenn du daneben machst. Also von daher ist mir das egal. Yeah. Ah, Erholung, Erholung. Oh, ich glaub, der ist nicht drin. Oh, der auch nicht. Ups. Oh, bei der 61. Jetzt bin ich mal gespannt. Der macht bestimmt jetzt fertig. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt, meine Lieben. Da haben wir aber Glück gehabt. Okay, jetzt haben wir 41. Oh. Oh. Nein. 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 Ich glaube, das ist die... Fünf ist die oben, genau. Oh! Das gibt's doch nicht. Schon wieder. Na, warte. Na, warte. Ich geb nicht auf. Ich werd irgendwann gewinnen. Ich werd irgendwann gewinnen. Eigentlich sollte das zur Erholung sein, aber das regt mich grad sowas von auf. Und der Xer, der lacht auch noch hier so. Ja, Mann! Ja, Mann! Einem fehlt hier nur noch so schönes Bier oder sowas hier. Äh, verdammt. 49. Ach, du Heiland. Ach, du Heiland. Wo ist denn die 9? Da. Das müsse die 9 sein, wenn ich das richtig sehe. Und... Das ist die... Was? Nein! Nein, verdammt. Wo ist die 10? Wo ist die 10? Da! Ach, scheiße. Kriegen die mal. Wo ist die 5? Ja, ich hab grad Denkfehler gehabt. Nein! Ach, scheiße. Nein, falsch geworden. Ich hab... War das so? Nein! Das hat getroffen! Das hat getroffen! Ach, schön. Das ist gut, gut. Das erste Mal gewonnen! Ah, herrlich. Ja, wenn es besseres Wetter ist, wollten wir gleich eventuell dann noch versuchen herauszufinden, äh, wie man Tennis spielt. Oder wir wollten Sumo spielen, je nachdem. Ach, verdammt. Also jetzt hab ich echt Pech. Das gibt's doch nicht. Oh, das ist jetzt ein richtig schlechter Wurf gewesen. Aber ein richtig, richtig schlechter Wurf. Okay, der müsste drin gewesen sein. Ah, da war ich mir nicht sicher. Oh. Und. Den hab ich wohl versimmelt, glaub ich. Ja, 101 noch. Ach, du Schande. Also nebenbei. Äh, äh. Ein, tak, tak. So. So, nochmal. Ehrlich, ich bin Robin Hood. Ich bin Robin Hood, Mann. Ne, jetzt, oder doch, nicht. Gut, dass ihr den X-Sider nicht hören könnt. Der hat überhaupt nicht, ich habe eine grüne Strumpfhose. Sowas besitze ich gar nicht. Voll unfair hier. So. Nein. Zu weit unten. Zu weit oben. Und wieder zu weit unten. Ach, so ein Mist. Schön, ich habe wohl doch ein bisschen Glück. Hatte wohl ein bisschen Glück. Ach, Mist. Ach, das gibt es doch nicht. Ist doch nicht wahr. Ach, das gibt es doch nicht. Nee, ich habe wieder... So unfair. Er hat schon zwei Sets gewonnen. Ah, ich fühl nicht, ich hab getroffen. Ah, gut. Bringt mir aber auch nichts, weil ich irgendwie ja ziemlich schlechter bin. Dezent schlechter. Ein bisschen schlechter. Jetzt noch ein schönes Bier, das wär's. Aber nicht nur im Spiel ist halt schlechtes Wetter, sondern jetzt auch. Also alles doof. Nein. Oh. Ich könnte jetzt direkt ins Mikrofon beißen. Ey Leute, das ist doch sowas von unfair. Sowas von. Oh, ja. Gott sei Dank kriegt er kein Geld. Ja, das war... Und wie ihr sehen könnt, ich bin noch weit am Anfang und unser Auto ist weg. Okay. Okay.